Musik Schleppen Sie auch täglich zu viele Funde mit sich herum? Mit der aus recycelten PET-Flaschen hergestellten Gürteltasche Daily purzelt das Gewicht. Dabei müssen Sie auf nichts verzichten, das Ihnen lieb und teuer ist. Schlüssel, Handy, Portemonnaie, das alles packt die Leichte Daily ganz schlank ein. Als eine unserer kleinsten Gürteltaschen im Sortiment macht sie an jedem Träger und jeder Trägerin eine gute Figur, ob Crossbody oder klassisch als Gürteltasche getragen. Der edle verdeckte Reißverschluss und das schön glänzende Material in vielen Farben unterstreichen die schmale Silhouette. Musik 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 Musik